Wenn ein Liebesleben in der Schlagerwelt wild diskutiert ist, dann ist es jenes von Beatrice Egli. Seit Jahren ist sie auf dem Single-Markt. Doch Gerüchte um mögliche Flirtereien reißen einfach nicht ab. Vor allem Schlagerkollegen wie Florian Silbereisen, Andreas Gabalier und Ben Zucker stehen bei der Gerüchteküche hoch im Kurs. Doch an welchen Spekulationen könnte wirklich etwas dran sein? Und was ist nur heiße Luft? okmak.de bringt in das Liebeswirrwarr von der Schlagersängerin Klarheit. Beatrice Egli. Ihre letzte Beziehung scheiterte 2014. Einige Jahre war Beatrice Egli sicher, ihren Mr. Reit gefunden zu haben. Mit Reto Steiner war sie lange Zeit glücklich. Und das Paar kaufte bereits ein gemeinsames Liebesnest. Doch 2014 änderte sich alles, denn da ging ihre Beziehung in die Brüche. Tatsächlich soll der Karriere-Schub 2013 durch DSDS letzten Endes ihre Liebe ins Wanken gebracht haben. Angeblich soll Reto Probleme damit gehabt haben, dass seine Herzdame durch ihren Beruf so oft unterwegs war. Obwohl sie sich schließlich dazu entschieden, unter ihre Beziehung einen Schlussstrich zu setzen, fließt bei dem ehemaligen Paar keineswegs böses Blut. Im Podcast Schlagergeflüster sagte die Sängerin vor einigen Jahren. Reto ist bis heute ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, weil ich ihn schon lange kenne und ihm vertrauen kann. Ihn als Freund zu verlieren, hätte mir wehgetan. Wie schön, dass die beiden trotz der Trennung immer noch ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Beatrice Egli Sind sie und Florian Silbereisen ein Paar? Über die beiden wird seit Jahren gemunkelt. Beatrice Egli und Florian Silbereisen Seit dem Liebesaus mit Helene Fischer im Jahr 2018 ist der feste Show-Moderator auf dem Single-Markt. Wann immer er und Beatrice zusammen auf der Bühne stehen, geraten die Fans ins Schwärmen, denn nicht nur optisch passen die beiden laut der Schlager-Fangemeinde bestens zusammen. Sondern auch ihre gemeinsame Passion, die Musik, verbindet sie. In der Vergangenheit gab es bereits kleine Momente, in denen die Musiker selbst die Gerüchte um eine mögliche Romanze anheizten. So soll die Mein-Herz-Interpretin bei einer TV-Aufzeichnung über ihren Schlager-Kollegen gesagt haben. Wir lachen sehr gerne zusammen. Den Florian hätte ich gerne mal geküsst.